damit er ihn hat erst bei uns in der traditione oder so in der stadt kam endlich ist der komplette goldenergie dreher weist sich als ist er so egal sich als wirkungslos und zwei wird von welt hans fähigkeiten besiegt von gesetzte seinen nagelprojektile gegen welt ein aber diese werden von einer dimension 20 geblockt aber als valentine johnny erneut vom pferd stößt steht dieser wieder auf mit jairus starken in der hand nach einem tritt vom pferd das von dem dreh bewegt wurde entwickelt sich johnny's task zu einem stärkeren form wenn ein teil mit drei leichten teile okay ich nehme an das ist nicht so gut ich kann ich auf gar nicht johnny jose auf stufe drei annehmen ok ein bisschen so heilig ich komme nicht an ihn da ran ich habe ihn noch mal krass gezogen kann ich abwärmen er kann nicht abwärmen wie soll ich mit dem ging immer macht das werdet alles ab Irgendwie wird er jeden angeratscht. Nein. Oh, nee. Okay. Den klickst du aber noch rein. Meine Punkte. Den kann ich auch so ziehen, okay. Kreis schießen die so nach oben mit vier, glaube ich, an den Hals. Serviette, so wie dieser Teil, okay, moah. Was hat der... I grabbed the first napkin, hat der immer gesagt. Ich hoffe, ich habe mal noch mal. Aber ich erkannte Manga, was er da war. Serviette, genau. Oh. Der, ich habe keinen Schongskill. Der, ich habe keinen Schongskill. wenn man in der füch da aufgeben oder so Oh, der hat seine Dings verloren. Guck mal da. Da ist halt auch eins. Nein, nimm das. Ja, bloß nicht. Nein. Ist das ein verkochser Krampf? Hör damit. Nein. Ich bin da weg. So, jetzt möchte ich dich damit treffen. Ich glaube, der ist daneben. Verdammt. Nein, 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 nein. Der macht nicht glatt. Lass weg. Boah, glätzt mich. Aber knapp. Was für ein Kampf. Voll schwer. Was ist immer noch ein Leid geteilt? Leid, Leid. Länger weg. Weil ich aber extra davon runtergehen muss, ne? Jetzt gibt es mal ein anderer auch noch. Mann. Wollt. Der macht langweil Dad. Der macht regelmäßig Vaus. Der macht müß. Der macht mich nach dem Körper bleib. Der macht müß. Nein, sie table! Angst. Ich denke, dass das ein handle ist. Na, komm mal ja! Nein! 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 Ich habe keine Ahnung. 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 Oh, oh, ja. Oh, ja. Ich habe keine Ahnung. Ich bin fast hier. Ist er wieder voller AP? Warum hat er jetzt voller AP? Warte aber, komm Es kommt schon an Nein, das gibt es doch einfach nicht Warum hat er so viel AP? Ich glaube, ich bekrisel Warum hat er so viel AP? Jetzt wieder voll geil Das ist doch unfair Ich weiß, er kann sich heilen in einem Manga, aber trotzdem Alles bescheuert Nein Gott Erstmal den seine Leichenteil hier zu kriegen, ist doch schon schwer Kann man jetzt auch überhaupt nicht schwer haben, ne? Die ganze Hand abwehren, ne? Hör damit Hör damit So, komm her Hör damit Ich kann doch gar nicht zu ihm hinrennen oder so, das macht es voll schwer Boah, was macht der denn jetzt? Boah, was macht der denn jetzt? Meine Güte, der Alter Haben wir es jetzt bald Hör damit Er spammt auch die ganze Zeit ruhig Seine Ahnung, weil Oh Ausgewichen und dann mit in die Fresse. Ich bin nur am Boden, denke ich, nein, ob der nicht die Fahne da weg ist, war gemein, habe ich alle kein Partei, ne, klar, jetzt habe ich es aber, was brauche ich denn noch, komm her, ist doch mal Treffen, das bringt, danke, danke, oh, cool, oh, das ist der Kampel, wo er in Schied, oder? Und zack, bäms, und weg ist er, mein Gott, der kann doch schwer, schließlich geschaut hat er, wenn er ein sehr schmerziger ist, dann wäre er mit so einem Pferdkämpfen ein bisschen kompliziert, vor allem bei ihm. Teil 8, äh, der erste Teil, Joe Jolyon wurde freigeschaltet. Okay. wir wollen ihn da noch erzählen wir wollen ihren jetzt von 8 erzählen ihr müsst ja eigentlich kann aber laufen gewesen sein so ich meine immer noch aber trotzdem sie sogar gerade angefangen haben dass das spiel aus so you could not so you could be in da oder noch nie war ja kusaku shita yona da einigmo jana johli osse da kinky den auf der elio see da mit eevan hat auch noch Ich habe keine Ahnung. Ich wollte mich nicht信. Ich bin wirklich. Bis zum nächsten Mal, Chiron. Bis zum nächsten Mal. Die Welt. Es ist nur für mich. Schütt euch denn dass die Korintherder gesprod sein kann? Die Dio, die Lucy in diesem Weltkrieg gebeten hat, hat sich in diesem Geil von Dio gebeten. Die Dio ist doch nicht so. Das ist so, dass ich mich an! Das ist der Dio! Stopp! Stopp! Das war es so, dass die Realität und die Verteilung der Verteilung der Verteilung der Verteilung der Verteilung der Verteilung der Verteilung wurde. Das ist der Rallys mit der Kuhl. Der andere König ist einmaß. Das war der König der Kuhl in der Kuhl. Das ist, der Kuhl. Die Erste sind auf der Kuhl. Er hat sie so zu tun, um die Lachen zu verleten. Teil 7 abgeschlossen. Sehr schön. Ah, schön. Steel Barrel Run. Abgeschlossen. Äh, ich denke es ist Teil auswahl. Okay, wir haben JoJo und auch noch freigeschaltet. Ich war mir aber sehr da erzählen wollen. Jedenfalls, ich würde dann sagen, das machen wir in der nächsten Folge von Let's Play, JoJo, Spies Adventure, Outdoor Battle. Ich bedanke mich alle herzlich für zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.